So, wir müssen jetzt nach Unafé, Camp Unafé. Ich habe mir eben auch mal das Video aufgenommen, was ich gerade eben aufgenommen hatte, was angeschaut, was ich eben aufgenommen habe, was gestern erschienen ist. Ja, also meinen qualitativen Ansprüchen entspricht es leider nicht ganz, aber es ist auf jeden Fall besser als mit den Bilddrucklern vorher. Ich hoffe mal, dass das sich irgendwie bessert oder dass ich da demnächst vielleicht mal ein neues Aufnahmeprogramm mir zulege. Ich habe es auch schon mit dem, wie heißt das eine, was direkt von NVIDIA ist, XSplit glaube ich, habe ich es probiert, das ist ja noch schlimmer. Also da kann ich 15 Sekunden aufnehmen, der Ton geht weiter, aber das Bild bleibt bei der Aufnahme stehen. Ich spiele weiter, ich erzähle und erzähle und das Bild bleibt einfach stehen, ich weiß nicht warum. Die Hunde in Schach halten, tötet sechs Fleischreißer Strauchdiebe und vom Regen in die Traufe, rettet fünf eingesperrte Flüchtlinge aus Tauraccio und tötet insgesamt acht Dornenwirker oder Klingenwäscher der Borsten Nacken. Seid vorsichtig. Hier drüben, wenn Pflanzen angreifen, rett fünf Flüchtlinge aus Tauraccio, indem ihr den klammernden Überwuchs tötet, der sie festhält. Geht mit der Erdenmutter. Okay. Äh. Ja, wir müssen mal gucken. Da, sowas müssen wir mal kennen. Und die Dinger brauchen wir nicht. Kommt aber trotzdem. Ach, da kann ich auch Kräuterkunde machen. Ähm. Borsten Nacken. Und hier Fleischreißer Strauchdiebe. Also das sind die Hygienen da. Wir machen mal hier oben. Werden die hier gefangen gehalten? Du komm mal her. Ähm. Südliches Brachland habe ich, habe ich das schon mal gequestet? Ich glaube einmal habe ich hier ein bisschen gequestet gehabt. Hm. Wenn doch weg. Mann. Komm. Komm. Ah, komm. Wenn sie eh gleich umfallen, brauche ich mich in der Herrin. Den habe ich jetzt nicht mitgeplündert. Was? Fünf Stück soll ich hier befreien. Okay. Wir sind aber nur vier. Was ist denn das für eine Kacke? Ja, mach ruhig Wurzel. Dann würde ich... Ich wollte es nicht sagen. Dann würde ich aber an deiner Stelle weiter zurückgehen. Ich würde mich verarschen. Ich könnte auch rauskommen, indem ich einfach mal schnell die Gestalt wechsle, aber... Ne, habe ich keine Lust. So, das. Tach, ich wollte eigentlich den Käfig anklicken, richtig. Da drüben ist noch einer. Und davon brauchen wir auch nur noch einen. Erste Quest fertig. Zweite... Machen wir jetzt auch. Da brauchen wir noch vier Hyänen. Schweres Leder kriegen wir jetzt schon. Auch gut. So... Dich will ich nicht. Da, so ein paar Mal. Da. Okay. Hier ist gerade noch einer am Questen, weil hier liegt nämlich ein Leichnam, der gerade verschwindet. So, wo war denn? Eben hat es hier kurz gerubelt. Äh... Hier war die... Andere... Wie soll man es nennen? Wucherwurzel. Kranke. Keine Ahnung. So, dann holen wir uns jetzt da drüben den letzten Fleischreißer-Strauchdieb. Und da ist auch die letzte Klammern der... Klammern der Überwuchs heißt es. Königsblut lasse ich mal da, wo es ist. So. Alle Quests abgeschlossen. Ja, der Raptor ist mir zu nah da dran. Gut. Einmal... Eine seltsame Blüte sammelt zehn ungewöhnliche Blütenknospen von Knospen... Knospenden Blüten in der Überwuchung auf. Und hier... Abgeben. Level up. Sehr schön. Ihre Sache sprechen. Ihre Sprache sprechen. Lasst das Horn der Herausforderung am Herausforderungsring der Borstennacken erscheinen und besiegt Säbelschnauze in einem Einzelkampf. Hier drüben. Hier drin. Hier gibt es noch eine. Eine gespaltene Familie findet Kirke Sternhorn an der Vendetta-Kuppe im südlichen Brachland. Das ist dann schon weitergehende Quest. Ähm. Hier werden mir die seltsamen Dinge angezeigt. Okay. Also das sind die hier. Ich würde sagen, wir sammeln erst mal. Ein. Ich will nur kurz mal mal was testen. Ob wir hier unsichtbar bleiben. Nö. Warum auch? Warum auch? Ja, ich habe das beim Spiel mit meinem anderen Doodoo so ein bisschen gemerkt, dass manche Sachen wirklich in der Verstohlenheit aufgesammelt werden können und aktiviert werden können. Wir gucken jetzt einfach mal, wo wir alles hier das Zeug sammeln können. Ohne, dass wir großartig kämpfen müssen. Wer hat mich gesehen? Keiner. Äh. Was ist das? Lebenswurz. Lebenswurz. Hilfe. Hilf dir selbst. Krieg ich keine EP für, wenn ich dir helfe. Boah, ich bin schon eine Drecksau, oder? So, eins noch. Da kommen hier oben waren doch auch noch eine Menge. Da drüben. Und für das andere müssen wir hier hin. Okay. So, Quest beendet. Und für das andere müssen wir einmal da rüber. Da hinten hin. Ja, verfolgt mich ruhig. Ey. Lass mich. Na, jetzt habe ich aber einen ganz schönen FPS-Drop gehabt. Jetzt ist er wieder bei 59. Ich verstehe das nicht. So, Siebel Schnauze. Komm her. Da ist er. Und für das andere muss ich jetzt nicht. Ihr seid stark. Aber was. Ey. Geht's noch? Oh, haben sie Angst gekriegt. Schon blöd, ne? Habe ich jetzt hier zwei Punkte, wo ich das abgeben muss? Scheinbar. Ne. Ich will nicht kämpfen. Jetzt. Och. Leute, nervt mich doch nicht. Einmal hier rüber. Und einmal hier runter. So, da hast du das Horn. Und wir nehmen die... Wir nehmen die Stiefel. Geht in Frieden. Da sind die hier. Gut. So, hier gibt's nichts Neues. Das heißt, wir werden einmal hier den Weg entlang reiten. Hoffen, dass auf dem Weg nicht so viele Mobs rumlaufen. Und können dann die andere Quest da unten abgeben. Einmal hier. Wo müssen wir denn hier lang? Hier rüber. Äh. Genau das wollte ich nicht. Wo müssen wir denn jetzt denn? Darüber. Ey. Lass mich in Ruhe. überwachsenes Lager. Ja, das kenne ich jetzt. Dann gibst du Ruhe. So. Die eine hier abgeben. Camp Unafé abgeschlossen. Sehr schön. Biologischer Eingriff tötet 5 Deviat Schreckenszähne und 5 Deviat Ebenenschreiter. Und hier Schlangenabzug besorgt 5 entkräftete Ottern. Peitschenrankensamen besorgt 4 zuckende Samen von Peitschenranken. Ich schätze mir die Quest nicht eher geben können. Die brauchen wir immer noch nicht hier. Da sind Ebenenschreiter. Und da sind die Schreckenszähne. Okay. Heißt eine Menge Leder für uns. Oder? Können wir die Kirschenern? Ja. Wir haben 150 bei Kirschenerei erreicht. Ja, wir machen jetzt erstmal hier die Tiere. Und wenn wir mit den Tieren fertig sind, können wir den Rest machen. Dass wir uns mal auf eins immer konzentrieren und nicht hier mal querfeld einquesten. Questen. Und wenn wir den Rest machen, können wir den Rest machen. Und wenn wir den Rest machen, können wir den Rest machen. Und wenn wir den Rest machen, können wir den Rest machen. Und wenn wir den Rest machen, können wir den Rest machen. Und wenn wir den Rest machen, können wir den Rest machen. Und wenn wir den Rest machen, können wir den Rest machen. Und wenn wir den Rest machen, können wir den Rest machen. Und wenn wir den Rest machen, können wir den Rest machen. Und wenn wir den Rest machen, können wir den Rest machen. Und wenn wir den Rest machen, können wir den Rest machen. Und wenn wir den Rest machen, können wir den Rest machen. also die haben mehr drauf als die komischen raptoren egal kille kille da ist der letzte von dem wir brauchen dann wird auch darunter der leuchten weg entlang aber ich glaube nicht dass wir da unten irgendwie questen müssen das sieht so heiß aus verbrenne ich mir ja die pfoten davon brauchen wir jetzt noch zwei und dann haben wir das auch hallo weit entfernt ich habe direkt daneben dran gestanden so dann nehmen wir den noch und dann haben wir die erste der quests abgeschlossen dann können wir hier direkt peitschen ranker samen sammeln auch wenn ich glaube dass das wahrscheinlich wieder eine top quest ist wo nicht bei jedem 1 kommt zeig mal na der erste hat eins drin das ist schon mal nett sehr nett von ihnen na wie ich gesagt habe es hat mich jeder 1 drin das ist doch auch schön wenn jeder 2 1 drin hat können wir froh sein ich frage mich nur wo ich die entkräfteten ottern her krieg aber die laufen ja hier schön rum aber wieso entkräftet die ist nicht entkräftet hier war doch noch irgendwo eine hallo ja wo sehe ich vorher ob die entkräftete soll er nicht wollte dies nicht entkräftet das sind wieder so quests da ist eine die ist entkräftet komm her ich helfe dir machen wir noch eine da ist eine und da ist eine gut dann haben wir die quest jetzt auch fertig sehr schön und die peitsche ja peitsche 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 wie viel haben wir jetzt gekillt 3 Das ist zu weit entfernt. Oh, einen brauchen wir noch. Komm, ich weiß, du hast ihn und willst ihn mir geben. Du willst nämlich deine Freunde vor dem schlimmen Tod bewahren, der dir jetzt bevorsteht. Oder auch nicht. Und bei dir. Sehr schön. Alle Quests beendet wieder. Heißt, einmal zurück. Und abgeben. Schön durch die Mitte. So, da hast du deine... Ne. Das nehmen wir morgen erst an. Mögen euch die Winde leiten. Da hast du deine Ottern. Da hast du deine Samen. Und das nehmen wir auch morgen erst an. Wir machen morgen weiter. Wir machen morgen. Wir machen morgen eine. Untertitelung des ZDF, 2020